Die Small Pharaohs Tomb. Machen wir mal Vollbild. Die 12 Freispiele sind da. Jetzt wird geupgradet, Digga. Komm, gib mir was schönes. Ein bisschen Geld fürs Wochenende noch. Denn Papa braucht Geld auf dem Konto. Amt will wieder nicht geben. Komm, ein weiteres Freispiel, ein Upgrade. Komm, keine Zeit wird trübeln. Direkt weiter. Komm, komm, komm. Gib mir einen. Jawohl, da ist der Nächste. Weiter, 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 weiter. Upgrade. Komm. Jawohl, da ist der Nächste, Digga. Komm, 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 komm. Er Upgradet und Upgradet, Digga. Heute habe ich ganz Exodia hier, Digga. Komm, mach. Komm. Ja, Digga. Ja, zwei Steck, Digga. Zwei, Digga. Es wird geupgradet. Drei Freispiele. Gib ihm. Digga, komm. Auf zwei Uhr Einsatz, Digga. Er muss jetzt was Schönes droppen, Digga. Komm. Wie schön das... Wie gut sich das einfach anfühlt, Digga. Komm, jetzt. Noch ein Freispiel noch. Noch ein Pharaoh. Okay. Noch ein weiteres Freispiel. Jetzt muss er mir ein Vollbild geben, Digga. Gib mir doch irgendwas. Dreh, dreh, dreh. Komm. Komm. Ui, Digga. Ja, Digga. Scheibe, Digga. Uuh. 280, Digga. Der Pharaoh gönnt mir. Oh, ich glaube, ich muss nach Ägypten, Digga. Bam, Digga. Das ist doch mal ein schöner Gewinn, Digga. So startet man den Tag. Noch ein weiteres Freispiel. Fünf hat man noch, Digga. Jetzt dreh. Oh, schade. Komm, komm, komm. Noch einmal was Schönes. Ja, das ist nicht so schön. Aber noch ein weiteres Freispiel nehme ich gerne an. Komm, komm, komm. Oh, schade. Komm. Letztes. Schade. Egal, 338 Euro, Digga. Nicht schlecht, nicht schlecht, der Spät.